So, Herr Alberger, wie ist denn die Stimmung heute? Ja, schön, dass so viele Leute da sind. Wir sind immer stark hinter den Hubert. Also das war immer schon so. Und das wird sich auch nicht ändern. Der ist einfach für uns da, genauso wie wir zu fern da sind. Und sagen Sie mal, weil Sie sagten, Sie stehen hinter Ihnen. Hat sich da irgendetwas verändert für Sie auch nach dieser Flugblatt-Affäre? Überhaupt nicht, weil jeder, der was anderes sagt, so lieber sie vor seiner Haustür kehren.